Ja, hallo ihr Lieben, jetzt ist Herr Schneier, Patropo bzw. Coach, Diplom-Psychologe und so weiter und so fort und ja, behandle ja auch gerne so ein bisschen breitere Themen auf diesem Kanal und fand dann auch so für meine Arbeit hochspannend den gestrigen Barbie-Film. Ich muss auch gleich sagen, ich war, also ich war durchaus, habe mich durchaus unterhalten, auch gut unterhalten gefühlt, aber ich war auch absolut schockt. Also von daher die erste Filmkritik hier auf meinem Kanal. Wie gesagt, ich, boah, ist überhaupt nicht reingegangen zu sein. Ich finde, also ich bin auch der Meinung, man sollte sich den angucken, weil der Film ist sowas von 2023, wie man sich das gar nicht vorstellen kann. Und ich sage mal gleich auch das Positive, also wirklich ein Ausbund an Kreativität, super witzige Einfälle, tolles Set. Also ich finde, die beiden Hauptdarsteller, Ryan Gosling und Margot Robbie heißt sie, glaube ich, wirklich grandios. Also wirklich absolut interessanter Film und auch viele lustige Gags, wirklich, so kann man eigentlich nicht anders sagen, muss man wirklich sagen. Ja, aber, man kann den Film sicherlich aus vielen Gesichtspunkten sehen, aber es ist wieder so ein Film, der wirklich in absolut grauenvoller Weise die Spaltung zwischen Männern und Frauen vertieft. Meiner Ansicht nach total männerfeindlich ist, also wirklich selten so einen männerfeindlichen Film gesehen. Nein, mir ist das persönlich, ehrlich, ist das völlig wurscht, aber es reiht sich halt ein. Was ich schon länger beobachte, ich habe das ja auch schon mal gesagt, als wir mal ganz was anderes im Harry Potter Musical waren, das ist mir auch schon aufgefallen, dass Männer wirklich inzwischen in diesem Woken Film, das denke ich, kann man auch schon sagen, ist ein sehr Woker Film, ist wirklich durchgängig als entweder völlige Waschlappen und so komische Anhängsel von Frauen gekennzeichnet werden oder als höchst toxische Bösewichte oder auch eine Mischung von all dem. Und ja, ich kann, wie gesagt, habe ich das noch hier? Also das ist ja dieser ganze Kampf von 3D zu 5D, habe ich hier beschrieben. Es geht ja nicht nur um Liebe in diesem Buch, sondern auch so diese gesellschaftlichen Entwicklungen. Und wie gesagt, ich kann absolut verstehen, dass es da jetzt so ein Backlash gibt, dass man vielleicht sagt, ja, Millionen Jahre Patriarchat, ja, und jetzt geht es mal in die andere Richtung. Also ich kann das irgendwo nachvollziehen. Trotzdem finde ich, mein Gott, kann das nicht mal aufhören, dieser ständige Geschlechterkampf. Können wir nicht mal endlich zusammenkommen als Männer und Frauen? Ja, das ist zumindest mein Anliegen und anstatt immer wieder diese Gräben zu vertiefen und... Also gut, aber kommen wir mal zum Film. Also natürlich, wenn du den jetzt noch nicht gesehen hast, da natürlich jetzt ein bisschen Content-Warnung. Natürlich werde ich jetzt auch ein bisschen erzählen, was in dem Film passiert, zumindest tiefer drin im Video. Wenn du das nicht möchtest, guckst du vielleicht lieber später an das Video hier. Und ja, also es ging schon los. Also das war für mich schon echt ein harter Trigger. Wir haben den hier in Berlin geguckt. Und glaub mal nicht, dass du den Film hier in Berlin problemlos auf Deutsch gucken kannst. Das ist nicht möglich. Es war... Also ich weiß nicht, vielleicht waren die Deutschen alle ausverkauft, aber es war... Also Aileen hat die Karten gekauft. Es war... Und wir sind, obwohl das eigentlich keiner wollte, sind wir in einem OV-Film, also Originalpassung, gelandet. Und man kann es wirklich gut verstehen, aber wie kann das sein, dass Berlin, der wirklich... Ich kraft das nicht. Ich meine, da schließt du auch so viele Leute aus, dass du den... Also ich glaube, sie hat auch ganz viel geguckt und es war überall nur Omo, OV und... Ich weiß es nicht. Dann natürlich ist es sicherlich... Ich weiß nicht, ist es ein Frauenfilm? Ich weiß es nicht. Aber der hatte so viel Erfolg. Da werden ja auch viele Männer hingehen. Dann habe ich neben so Mädels gesessen, netten Mädels, aber auf meiner linken Seite, die die ganze Zeit immer nur, wenn da irgendwie so eine... Wirklich total aufgeblasene Passage im Film kamen, wir Frauen, wir können... Also wir können alles. Und ich weiß nicht, wer stellt das in Frage, dass Frauen alles könnten? Also ich habe mich wirklich zurückversetzt gefühlt in meine Uni-Zeiten in den 90ern. Wirklich, ja, wir Frauen können alles. Wir können Astronautinnen werden. Und ich weiß gar nicht, wer das heute noch in Frage stellt oder so. Und die dann neben mir immer, yay! Also auch so ziemlich laut, yay, yay! Und ich denke, ey, Leute, ey, sag mal, wir haben noch... Wir hatten eine Kanzlerin, wir haben eine Außenministerin, wir haben sicherlich... Ich will jetzt ja auch gar nicht sagen, dass kann alles noch viel mehr werden. Aber das hat sich für mich so angefühlt, als wenn wir mal gerade so die 50er hinter uns gelassen haben. Aber gut, das war so zu den Nebensachen, da kommen wir mal zum Film. Und wie gesagt, ich weiß gar nicht, wo man da anfangen soll. Also wie gesagt, der ist wirklich sehr... Also trotzdem absolut sehenswert, finde ich, weil... Naja, also ist von so ein... Ich glaube, wie es häufig genannt wird, ich habe den Namen jetzt gerade nicht von einer Regisseurin, aber ist wohl bekannt als feministische Indie-Film-Regisseurin, was auch... Also ich persönlich habe auch... Ich gucke mir auch gerne mal einen feministischen Film an, das ist wirklich kein Problem mit. Aber dieser Film hat einfach so dick aufgetragen und gleichzeitig... Also ich habe noch nie, noch nie in meinem ganzen Leben einen Film gesehen, der so kapitalistisch ist und was so Werbung angeht für bestimmte Produkte. Also sowas habe ich wirklich noch nie gesehen. Also der ist wirklich... Aber da kommen wir noch zu. Also, ja, also es wird halt diese... Ich meine, das ist wirklich witzig, der Anfang, vor allen Dingen diese witzige Barbie-Welt gezeigt. Und ich vermute mal, das soll so heißen, dass es... Also das fand ich schon wirklich super witzig, dann diese Barbie, die ja auch immer viel kritisiert wird, jetzt so als feministischen Ort irgendwie, wo die Frauen regieren. Frauen haben alle wichtigen Ämter erinnern. Und ich habe auch meine verstanden zu haben, dass das so ein Gegenbild unserer natürlich Welt ist, wo natürlich nur noch nur die Männer was zu sagen haben. Ja, ironisch gemeint. Aber gut, es sollte wohl so ein Gegenbild sein. Und wo... Also, aber das war wirklich so dick aufgetragen. Und also die Frauen hatten alle ihren Spaß. Und Männer, insbesondere Ken, wurde auch direkt so gesagt. Also der Film war wirklich null subtil irgendwie. Also Ken ist... Also Ken gibt es nur sozusagen im Zusammenhang mit Barbie. Es wurde auch wirklich eins zu eins so gesagt irgendwie. Also er lebt nur durch diese Sicht von Barbie. Wenn Barbie ihn nicht sieht, dann ist er eigentlich gar nicht da. Und er wird natürlich ständig zurückgewiesen. Er versucht immer wieder ein Date mit ihr zu kriegen und sie zu küssen. Aber sie lehnt das ab irgendwie. Zeigt auch ganz deutlich, dass sie gar kein Interesse hat an ihm. Also er läuft immer nur hinter ihr her irgendwie. Es bleibt auch bis zum Ende des Films so. Also keine Love Story oder irgendwie sowas. Aber gut, muss ja auch nicht. Und gut, das... Okay, ja, dann... Muss man jetzt auch nicht in ein Einzelheiten gehen. Auf jeden Fall kommt es dann dazu, dass sie... Dass sie dann in die reale Welt kommt. Das war schon witzig. Dann Barbie und dann Ken kommt dann auch irgendwie mit, obwohl sie das eigentlich gar nicht will. Und dann sind die halt beiden in der realen Welt. Und da zeigt sich jetzt Ken völlig... Und diese reale Welt wurde dargestellt. Ich habe mich total erinnert gefühlt. Ich dachte, das wäre endlich vorbei, diese Zeiten. Ich dachte, diese Zeiten sind endlich vorbei. Ich habe mich so erinnert gefühlt an die Gillette-Reklame. Habe ich auch Thema... Also überhaupt, kauft euch mal mein neues Buch, weil da thematisiere ich das alles. Diese ganzen Geschlechter kamen von Polarität. Also Feuer und Flamme heißt das. Kommt ja Ende September raus. Könnt ihr auch schon vorbestellen. Habe es jetzt noch nicht so aktiv hier beworben, weil es einfach noch nicht draußen ist. Aber also diese Gillette-Reklame, weiß nicht, wer die kennt. Für die Männer ein Graus, wo sonst wird ja ein Gillette... Also Gillette ist ja der Rasierer, werden ja immer so polare Männersituationen dargestellt. Dann aber eben nicht mehr. 2018 der berühmte Spot, wo sozusagen toxische Männlichkeit dargestellt werden sollte. Es wurden aber komplette Alltagssituationen dargestellt, wo Männer halt mal rangeln oder... Und vor allen Dingen, das Stimmste, wo Männer eine Frau ansprechen wollen und dann der Kumpel hält dann seinen Kumpel zurück und so, nein, das ist toxische Männlichkeit, dass du eine Frau ansprechen willst, macht das nicht. Wo mir die fucking Haare zu Berge stehen, Leute. Mir stehen die fucking... Wenn ich sowas sehe, wer soll denn noch wen ansprechen? Die Frauen wollen es nicht. Die Männer sollen es nicht mehr. Aber das habe ich schon... Für mich ist das so zum Verzweifeln, wirklich. Also ich habe mich da komplett daran erinnert gefühlt, weil diese ganze Welt, die reale Welt, wurde so dargestellt, dass wirklich nur toxische Männer und alles ganz schlimm und nur... Also natürlich ist das... Gibt es nach wie vor toxische Männlichkeit? Also überhaupt keine Frage. Ich finde, es gibt auch toxische Weiblichkeit, aber interessiert da niemand. Und ganz viel mit Mansplaining, was es tatsächlich noch super viel gibt. Das kann ich sogar noch verstehen. Also wirklich, die ganze Welt ist natürlich, dominiert von Männern und die auch hier wieder entweder total toxisch sind oder halt, dann wurde erhielt diese Firma Mattel dann auch dargestellt. Die wurden dann halt so als so Idioten dargestellt. Irgendwie so, ne? So alte weiße Männer, die halt Deppen sind. Wobei Mattel ist für mich jetzt ab jetzt die schlauste Firma der Welt, weil so einen Werbefilm für Mattel habe ich wirklich noch nie gesehen. Ich denke mal, dass sie das auch von vorne bis hinten, glaube ich, ist auch so gesponsert haben. Und so viele Marken in diesem Film, was glaubt ihr nicht? Mattel, Birkenstock, also auch genannt, ich habe sowas noch nie gesehen, wirklich Birkenstock, Cartier, also unfassbar. Also wirklich unfassbar. Vor allen Dingen unfassbar, weil der Film sollte, glaube ich, auch eine Kapitalistik, also natürlich Männer, böse Männer gleich Kapitalismus sollte auch eine Kapitalismuskritik sein. Das war auch so drin, während es wirklich der kapitalistischste Film ist, den ich, glaube ich, je gesehen habe mit dieser ganzen Werbung. Ich fasse es nicht, Leute, wirklich, ich fasse es nicht. Also auf jeden Fall kommen die dann in diese Welt und Ken liebt es dann, ne? Oh, ist ja cool, hier sind die Männer, hier haben die Männer noch einen Wert und ja, und dann verwandelt er sich in so einen Film, der sieht einfach, meine, beide sehen ab und braubend gut aus, beide Schauspieler und Ken verwandelt sich dann eben in so einen, ja, wie soll ich mal sagen, wie so einen Rapper-Typ mit so einem Kunstfellmantel und nackte Brust und ist halt total begeistert davon und geht dann halt da irgendwie zurück ins Barbiland und das ist schon wieder das Nächste und er schafft es dann innerhalb von einem Tag sozusagen das ganze Barbiland umzukehren, so dass alle Frauen eben nicht mehr Astronautin oder Präsidentin sein wollen, sondern wollen den Männern jetzt zu Füßen liegen und die Männer sind auf einmal, innerhalb von einem Tag sind die Männer die Stars und die Frauen bedienen die irgendwie nur noch so. Also wo ich mich frage, wo ist denn da die feministische Aussage, ist jetzt die feministische Aussage, dass Frauen so Opfer sind von Männern, dass Männer müssen nur auftauchen und dann liegen sie denen schon zu Füßen oder was? Das habe ich schon wieder nicht verstanden, wo ich dachte, was, der soll doch feministisch sein, was ist das denn für eine feministische Aussage? Gut, dann gibt es noch so eine Mutter, dann gibt es sozusagen die Frau, die mit der Barbie-Puppe spielt, ich meine, das ist auch, wie gesagt, wirklich sehr ungewöhnlicher Film, also wirklich, ist auch wirklich interessant, ne? und dann gab es eben noch so eine Mutter-Tochter-Geschichte, die dann, dann kommen sozusagen zwei Menschen ins Barbie-Land und Barbie geht auch wieder zurück und dann versuchen sie sozusagen diesen Einfluss der Männer wieder zurückzudrehen, weil die Frauen sind ja so dämlich, die haben sich ja so innerhalb von einem Tag so den Kopf verdrehen lassen von den Männern und man kann die auch gar nicht mehr, man kann eben gar nicht mehr mit denen reden, sondern man muss die so aus, mit Tricks und so einer Gegengehirnwäsche muss man die sozusagen wieder zurückholen, wo ich auch denke, wo ist denn da die feministische Aussage? Das ist wirklich, also ich bin wirklich fassungslos, ich bin echt fassungslos und alles unverholene, wie gesagt, auch eigentlich wäre eine witzige Idee, dass es da eben nicht wie ein Matrix ist die blaue und die rote Pille gibt, da muss sich die Barbie irgendwann entscheiden und dann gibt es halt den Stiletto und den Birkenstock-Schuh, ernsthaft, also nicht nur, also nicht nur wie ein Birkenstock-Schuh, nein, da steht Birkenstock drauf, ne? Und da hat sie auch gar nicht, anders als Neo in Matrix hat sie auch gar nicht die freie Wahl, sondern sie muss dann das machen, okay, gut, und dann, ja, wird die Barbie-Welt wieder zurückerobert und wo ich mich immer frage, ist das eine Welt, in der irgendjemand leben will, wo es nur ein Geschlecht gibt und jeder Tag gleich läuft und jeder Tag auf diese Sisterhood-Party und, aber gut, das, also für mich, das ist derart spaltend und ich musste mal wieder daran denken, das ist vielleicht auch so random, aber ich habe ja früher, also ich habe ja noch ein anderes Leben, nicht nur Paartherapeut und YouTuber, Mann, das war ich immer Paartherapeut, aber ich habe auch lange, lange für Firmen gearbeitet, so, ne? Team-Coaching, also für ganz, weiß nicht, bestimmt die Hälfte der, zwei Drittel der DAX-Firmen gearbeitet, Team-Coaching und, ähm, ja, und ich konnte immer wieder feststellen, äh, die Teams, die am besten funktionieren, sind gemischgeschlechtliche Teams, also diese ganze Idee von, also ich weiß nicht, wer glaubt denn das, dass wirklich reine Männerwelten oder reine Frauenwelten besser funktionieren, als wenn wir zusammenarbeiten, das ist, also ich könnte wirklich ausrasten, also, also auch reine Frauenteams, habt ihr mal im reinen Frauenteam gearbeitet, also reine Männerteams auch, wirklich, das ist, geht's da jetzt friedlich, also ich kann, eins kann ich euch sagen, meine durchgängige Erfahrung ist, da geht's überhaupt nicht friedlich so, es geht friedlich zu, wenn beide schlechter zusammen sind, weil dann rast man sich zusammen, aber, ach, also, sorry, das ist, also es ist für mich wirklich, ich halte das alles immer aus, wieso könnte ich zusammenarbeiten, ne, und, warum muss man immer die Geschlechter gegeneinander ausspielen, ich weiß es nicht, aber wirklich, ja, und das alles begleitet im Kino von, oh, hey, Frau Power, also, das ist, also, wenn es wirklich einfach nur ein feministischer Film gewesen wäre, alles super, aber, eben nicht mal das liefert da ab, und dann wurde das, dann fragt man sich, wie wird das Ganze jetzt aufgelöst, und das Ganze wird aufgelöst, also, die Barbie darf dein Mensch sein, okay, das finde ich sogar auch noch ein schönes Bild, also, so ungefähr, naja, so diese menschliche Welt mit auch Hochs und Tiefs und auch Tote und Krankheit ist irgendwie interessanter als die Barbie-Welt, das fand ich auch eigentlich eine schöne Aussage, aber, ähm, dann das Ende des Films ist dann, dass sie, so diese Menschwerdung, die wird dann so gezeigt, dass sie ihr so, äh, da wird sie so gezeigt, wie sie träumt, über das, äh, über, das Leben als menschliche Frau, und das wird dann gezeigt, wie dann nur so, äh, Mutterschaft, Kinder kriegen, und ich dachte, das gibt's auch gar nicht, also, dann erfüll doch wenigstens diese Aufgabe als feministischer Film, und dann zeigt doch nicht wieder die Frau als Mutter, also, ich, 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 das kann nicht wahr sein, wirklich, das kann nicht wahr sein, aber ich bin gespannt, also, ich bin wirklich hochinteressant, was ihr dazu schreibt, schreibt ihr gerne, ihr könnt auch gerne eine andere Meinung sein, wirklich, es ist einfach nur meine ganz persönliche Meinung, und, äh, wie gesagt, ich hab's auch überhaupt nicht bereut, da reingegangen zu sein, ähm, kann ich jetzt wirklich nicht sagen, aber, also, das ist dann wieder so, und das Ende vom Film ist dann, also, jetzt, das Symbol ist, sie ist jetzt eine menschliche Frau, ist dann, es wird dann so, da geht sie irgendwo hin, und sie ist so aufgeregt, und man denkt, wo geht sie denn jetzt hin, geht sie auf ein Jobinterview, und wo geht sie dann hin, zum Gynäkologen, auch nicht mal zum Gynäkologen geht, auch noch, nein, zum Gynäkologen, aber zumindest, äh, hab ich das so, okay, jetzt war jetzt vielleicht auch, äh, war auf Englisch, äh, ja, okay, das, jetzt macht, im Englischen gibt's das ja nicht, das ist ja dann immer, gibt's ja keine Zweiendung, okay, also, das könnte ich vergessen, hab ich jetzt so für mich übersetzt, okay, ähm, ähm, also, ich bin fassungslos, und natürlich war auch so, wurde auch so gesagt, die ganzen Männer sind natürlich, ähm, zuständig, also, Subtext war, die Männer sind zuständig für den Zustand der Welt, ja, also meinetwegen, das kann man auch sagen, und ich, ganz ehrlich, ich bin auch der Meinung, hab ich auch in meinen Büchern immer geschrieben, die Welt braucht mehr feminine Energie, also, da bin ich jetzt komplett dabei, ne, also, es gibt zu viel männliche Energie in der Welt, und, was natürlich auch ein bisschen daran liegt, auch das schreibe ich in meinem neuen Buch, ähm, dass Männer Testosteron haben, ja, unter Testosteron streitest du dich mehr, das ist allerdings bei Frauen auch so, Frauen, die viel Testosteron haben, streiten auch mehr, das ist eben eine Folge, von diesem, äh, Hormon auch, wobei ich jetzt überhaupt nicht sage, dass, dass jetzt irgendwie eine Verantwortlichkeit wegnimmt, ne, also, trotzdem, auch wenn man, ähm, Testosteron geladener Hengst ist, ähm, darf man sich trotzdem im Griff behalten und so, ne, aber, es sind halt, gibt halt hormonelle Unterschiede, und, also, das Ausmaß an Aggressionen ist eben stark korreliert mit dem Ausmaß an Testosteron und so, ne, und, ja, es ist so, das stimmt, und wir brauchen mehr Femine Energie, also, absolut, und, äh, schreibe ich auch in meinem neuen Buch, äh, also, vor der Sesshaftwerdung des Menschen gab es sicherlich auch mehr materiarchale Einflüsse, und das war bestimmt besser, also, absolut, ähm, denke die, wir kommen da jetzt auch wieder hin, also deswegen, warum können wir nicht einfach jetzt mal freuen, dass jetzt auch das Patriarchat jetzt ausläuft, können wir uns doch alle freuen, und warum muss man dann wieder weiter spalten, ich weiß es nicht, also, wir kommen da jetzt ja auch hin, ne, das, äh, das sehen wir ja auch am Datingmarkt, ob man das jetzt gut findet oder nicht, dass wir kommen wieder dahin, dass wir so daten, wie wir wahrscheinlich vor der Sesshaftigkeit gedatet haben, so, ne, weil diese ganzen Regeln alle, äh, das ist ja auch gut so, Ehe und was weiß ich, es wird alles über Bord geschmissen, und, äh, und, aber wir sehen wieder das, was vorher war, was aber eben nicht so eine egalitäre Welt ist, sondern, das sieht man ja auch in den Datingapps auch, ähm, das ist eben das Survival of the fittest da jetzt, wie es vorher auch war, so, ne, und, kann man jetzt gut finden, kann man es schlecht finden, aber gut, das würde das Video jetzt zu lang machen, wenn wir da noch drüber reden, ähm, wenn ihr mehr, also, wenn ihr aus diesem Video, was ich hier mache, dann mehr Wünsche habt, an Videothemen, schreibt es unbedingt unten rein, oder schreibt es an supportedbibelschip.de, ähm, also, absolut, aber können wir jetzt nicht endlich mal zusammenarbeiten mit den, also, das, ich weiß nicht, es ist, also, für mich ist das so, also, das kommt so rüber als so woke, ich erlebe es als so rückwärts gewandt und unmodern wie nur was, aber vielleicht bin ich auch nicht mehr ganz jungerweise am Mann, vielleicht liegt es daran, dass mir da, ähm, was fehlt oder so, also, ich kann das überhaupt nicht, ähm, nachvollziehen, also, wie gesagt, und, äh, aber was ich sagen wollte, war eigentlich, die Männer sind also fürs, ganze böse, äh, Patriarchat, und das böse Patriarchat ist zuständig, für den Kapitalismus, und der ist dafür zuständig, wie die Welt gerade ist, und gleichzeitig ist das der fucking kapitalistischste Film, die unverhohlenste Werbung für eine Firma, die ich je gesehen habe, also das, ich, ich, ja, ein Mann durfte aber mitspielen die ganze Zeit bei den Frauen, und der wird wirklich, äh, dargestellt wie, äh, ich glaube, das soll non-binäre Figur sein, aber ich, ehrlich gesagt, ich wünsche, wünsche keinem non-binären, dass, dass, dass da so eine Rolle spielen muss, wie, wie dieser Mann da, also, wirkt wie ein absoluter, äh, 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 jeglicher männlicher Eigenschaften beraubt, äh, wird irgendwie so mitgeschleift, wie so der, ähm, weiß ich nicht, der kleine Bruder von irgendjemand, äh, so genervt und total unterwürfig und, oh, Leute, ey, so können wir da 2023 nicht mal rüber, aber irgendwie sowas, und das ist ja genau meine Kritik immer, dass momentan diese Rollen so verdreht werden, ne, Männer werden durchgängig, ich meine, wer will das, wer will das, Männer werden, äh, durchgängig so dargestellt als, ähm, ja, ja, eben, äh, so diese männlichen Eigenschaften beraubt, irgendwie genau als solche Wesen, wie dieser Ellen da, oder werden Frauen, äh, ja, Frauen werden sozusagen männlicher dargestellt, irgendwie, und das führt ja zu dieser ganzen Verwirrung, und das zeigt sich dann eben auch in Dating, das ist keine, gucken wir jetzt hier auf unseren Punkt zurück, dass, äh, dass es keine Polaritäten mehr gibt, und keiner mehr weiß, was man machen soll, und wirklich nur noch Chaos herrscht, ne, also was da gut dran sein soll, ich weiß es nicht, aber ganz ehrlich, nimmt eine Frau, und zeigt dir zwei Typen, also diesen Ellen, und diesen, äh, Ken in seiner Bad Guy Phase, mit seinem langen Kunstarmantel, und, äh, Waschbett braucht, bis zum Geht nicht mehr, ich, das überlasse ich jetzt euch mal, wer wird wohl gedatet werden, oder was, ich halte das alles lieber auf, Leute, ich weiß es einfach nicht, ich glaube, ich höre jetzt lieber auf, Leute, ich bin gespannt auf eure Kommentare, macht die Frage in den Kurs, guckt gerne auf Liebeschiff.de vorbei, wenn ihr zufällig jetzt ganz neu auf meinen Kanal schoßt, lasst mir bitte ein Abo da, es gucken immer noch so viele Leute ohne Abo, und, ähm, ist so für den Algorithmus, für meine Arbeit, wirklich super wichtig, dass die Abozahlen, äh, kontinuierlich steigen, für uns endlich mal die 50.000 voll machen, also, drück einfach mal auf den Abo-Knopf, kannst mir sehr mithelfen, und wir sehen uns bald wieder, schau ihr Lieben. Bis zum nächsten Mal.